Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier bei Heisenberg Zockt. Last Tide heisst das Spiel. Ja, ob es jetzt ein ganzes Let's Play wird, das werden wir sehen. Es ist ein Battle Royale Shooter im Stile von PUBG, allerdings ihr seht es, ja, weit unter Wasser, auf dem Meeresgrund. Und das Ganze ist irgendwie relativ cool, deswegen wollte ich euch das jetzt zeigen. Es ist aber schon etwas, was wahrscheinlich mehr Spass macht, wenn man es in der Gruppe macht. Wir sind jetzt in der Gruppe drin, das sieht man da oben links, aber das ist nicht das, was ich meine, weil ich kenne die Leute nicht. Und ja, das Ganze ist ein bisschen undankbar. Ich spiele das jetzt im Prinzip zum ersten Mal, so richtig. Also ich kann das Spiel nicht. Kein Skill vorhanden, außer das, was ich halt jetzt, ja, so von jeher kann oder eben ja auch nicht kann. Von daher bitte etwas Nachsicht, falls ihr das Video seht, wenn das Spiel schon lange draußen ist. Ja, das ist mein erstes Mal. Gut, jetzt hier Schiff und, ja, Kapseln, die rausfliegen. Das sind die Leute, wenn ich hier auf M drücke, sieht man die ganze Map. Das ist unser Schiff. Ähm, wahrscheinlich, ja, die haben jetzt schon mal markiert, die Leute, mit denen ich in der Gruppe bin. Wir müssen da natürlich nicht unbedingt hin, können das aber eigentlich durchaus tun. Ich springe auch mal raus. So, und dann sind wir eben hier drin. Sieht schon cool aus und das hat eine coole Idee. Okay, und sobald wir jetzt irgendwo dagegen knallen, ist das Ganze vorbei mit diesem Rumgeflitze hier, weil dann zerspringt diese Kapsel und dann fliegen wir raus. Ansonsten ist, ja, wie man es halt kennt, Looten etc. angesagt. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich hindüse. Ich düse jetzt mal nach hier. Und hier ist wahrscheinlich die Map dann bald zu Ende. Gut, jetzt sind wir wahrscheinlich meilenweit entfernt von unseren Kumpels, aber da ich die nicht kenne, ja, ist das mal nicht halb, äh, oder ist das mal halb so schlimm. Ähm, ja, und jetzt heißt es hier Looten. 58 Leute sind am Start, das sieht man oben rechts. Und, ja, es ist halt wie bei PUBG. Heißt, Looten, was das Zeug hält und dann, ja, im Prinzip auf die Jagd gehen nach den anderen Leuten. Wer am Schluss noch da ist, der hat die Runde gewonnen. Das werden kaum wir sein. Da oben ist schon einer. Ich werde den jetzt aber mal nicht angreifen. Das ist mir zu heiss. Ich möchte zuerst irgendwo etwas finden. Ähm, ein bisschen Loot. So, wir düsen mal hier lang. Meine Güte, wo bin ich denn hier gelandet? Oha, okay. Kann man hier looten? Nein, schon mal völlig falsch. So, wir düsen mal hier rauf. Dann geht es mal hier ran. Ja, und hier haben wir doch schon die ersten Sachen. Ich weiss jetzt gar nicht, was ich hier alles aufnehme. Ich nehme jetzt einfach mal auf. Einfach, damit wir was haben. Mal nachladen und gucken, ob das irgendwie schon was bringt. Kann ich nicht nehmen. Lager voll, Lager voll. Also, der Inventar ist voll. Hier ist er auch voll. Da brauche ich nur wahrscheinlich, würde ich mal behaupten, so wie wir es eben von PUBG kennen, irgendwie einen Rucksack oder irgendwas in der Richtung. Und jetzt heisst es aber hier schon mal ein bisschen aufpassen, ob hier irgendwo Leute sind. Es gibt noch, das habe ich gesehen, eben so eine Art Leuchtpistole. Wenn man mit der schiesst, dann werden einem die Feinde dann angezeigt. Zumindest die Feinde, die, ja, ungefähr da sind, wo dann diese Leuchtdingens hinfliegt. So, wir düsen mal hier rein. Mal gucken, ob hier noch was anderes zu finden ist. Ähm, wenn ich hier auf I gehe, dann haben wir den Inventar. Da sehen wir, was wir gerade haben. Da haben wir doch noch was anderes. Wie kriege ich das an den Start? Aha, Kollege Messer. Ui. Eine Wumme. Sehr schön. Wumme ist immer gut. Das heisst, wir können eigentlich fast schon, ja, auf die Jagd gehen. Und mal gucken, warum es denn überall Lager voll. Wir brauchen dringend irgendwie so eine Art... Das ist eine andere Wumme. So eine Art Dingens bräuchten wir. Ähm, da ist doch einer. Ist die Westadüse nur mal hin. Es gibt eben auch einen Enterhaken. Wenn man den findet, dann kann man viel schneller sich fortbewegen, indem man eben den Enterhaken irgendwo hinballert. Und sich dann von dem ranziehen lässt. Aber ich glaube, wir haben gerade keinen. Wo ist der jetzt wieder hingekommen? Oder hingeschwommen? Ja, das ist ja natürlich von daher relativ cool, weil es gibt nicht nur, wie soll ich sagen, dieses... Ja, zweidimensionale vorne, hinten, oben, unten. Ja, doch, das gibt es eben hier. Oh, das ist aber hier. Doch, da ist doch einer. Oh, la, 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 la. Ja, und schon sind wir ausser Gefecht. Okay, bin ich jetzt schon tot oder was mache ich? Irgendwie, ich glaube, ich kann noch ein bisschen schwimmen. Keine Ahnung, lebe ich noch oder bin ich tot? Wahrscheinlich. Moment, doch. Ähm, Medigas. Kann ich das immer benutzen? Der Exploration ist der Besuchungsgast. Dieser Kanister stellt Gesundheit über einen Zeitraum wieder her. Würde ich gerne benutzen. Wie benutze ich? Oh, jetzt. Oh, ein Hai. Oh, genau, das ist... Das ist natürlich eben auch noch. Es gibt eine Hai-Zone. Also, hier ist nicht irgendwie... Nanu? Ach, ne, jetzt beobachte ich. Alles klar. Wie gesagt, ich bin zum ersten Mal hier am Spielen. Aber ich weiss, dass, ähm... Ja, diese Wand, die man kennt von PUBG, die sich zusammenzieht und dann wird der Raum immer kleiner, wo man drin ist, das ist hier auch der Fall. Allerdings, ähm, stirbt man da nicht aus, aber einfach so, sondern da kommen dann eben die Hai-Angriffe. Also, das ist natürlich auch relativ, äh, nett gemacht. Gut. Gut, ich würde gerne mal kurz raus. Moment, nicht dingens. Doch, wir müssen ganz raus. Schade, ich dachte, wir können vielleicht irgendwie hier nochmal joinen. Aber dann müssen wir nochmal ganz kurz ganz raus. Machen hier wieder den hier. Region auswählen. Sollen wir mal in Europa spielen? Da hat es je nachdem vielleicht ein bisschen weniger professionelle Spieler. Da wäre ich dann schon mal dankbar. Ja, mach mal. Ähm, Gruppe während der Spielersuche, blablabla. Ich habe noch nicht mal rausgefunden, wie man hier wählt, dass man nicht in der Gruppe spawnt. Aber das muss mit Sicherheit auch irgendwie gehen. Wir klicken mal hier. So, jetzt mal abwarten. Ja, das war jetzt natürlich wieder ein erster Versuch, äh, ja, wie soll ich sagen, mit Vorführeffekt. Und sprich, der Erste, der uns sieht, der tötet uns auch gleich. Ich habe gesagt, bitte nicht das Video nach Skill bewerten. Das führt zu gar nichts. Weil das Spiel ist halt, ja, ich weiss auch nicht, glaube ich, seit einer Woche oder so raus. Es ist noch nicht so im Fokus der ganzen Leute. Ich habe es aber per Zufall gesehen. Habe dann einen Key bekommen vom Entwickler. Äh, danke dafür natürlich nochmal. Ähm, ja, und deswegen wollte ich das Video eben auch relativ schnell machen. Ich denke jetzt mal so für künftig. Falls ich das nochmal spiele, nochmal Videos mache, dann würde ich das schon gerne machen mit Leuten, die ich kenne, mit denen ich auch sonst ab und zu mal zusammenspiele. Dann macht es einfach mehr Sinn mit den Gruppen. Weil wenn man einfach random irgendwo in eine Gruppe reinkommt, ja, man kennt die Leute nicht, man weiss gar nicht, wie die spielen. Und, ja, der Spielspass ist dann natürlich auch ein bisschen kleiner. Gut, wir sind in der Warteschlange. Ich würde mal sagen, ich mache einen kurzen Cut hier. Und wir sehen uns wieder, sobald wir wieder im Spiel sind. So, da sind wir wieder. Jetzt sind wir also auf einem europäischen Server. Und man sieht auch oben rechts, das sind dann auch ein paar Spieler weniger. Warum, weiß ich auch nicht. Vielleicht ist das Spiel in Amerika ein bisschen weiter verbreitet. Jetzt schon. Auf alle Fälle, wir sind jetzt in der Vierer-Gruppe. Das sieht man oben links. Ja, und zwölf Gegner sind sie insgesamt. Das heißt, wir haben eigentlich nur acht Gegner. Und das ist die Lobby, also keine Angst, alles was hier an Blut daherkommt, das ist nachher wieder weg. Wir können ja mal gucken. Ich kann ja natürlich auch mal zeigen, so mit dem Messer sieht es schon relativ cool aus. Also Blut rünstig halt. Und ansonsten die Grafik, muss ich sagen, die finde ich mehr als nett. Also das ist schon sehr, sehr schick und liebevoll eigentlich gemacht, das Ganze. Oh, Fischchen, kann ich dich auch? Na, schön gelb und trotzdem zu nichts nütze. Man kriegt sie nicht kaputt. Okay, Kampf beginnt in fünf Sekunden, gleich sind wir da im Schiff drin. Und es ist einmal mehr natürlich jetzt so, ich kenne die Leute nicht, also die da bei mir mit in der Gruppe sind. Deswegen, ja, spielen wir halt doch wieder eher ein bisschen alleine. Das ist irgendwie schade, aber lässt sich jetzt halt auf die Schnelle nicht verhindern. Ähm, wo ist unser Schiffchen? Hier oben. Da wurde bereits wieder markiert. Das sind die Leute aus meiner Gruppe, die hier markieren. Weiß nicht, das kann doch auch sein, dass drei von denen wirklich zusammengehören und ich sozusagen das vierte Rad im Wagen bin. Beziehungsweise das fünfte, aber in dem Fall das vierte, weil wir eine Vierergruppe sind. Ja, soll ich auch da hin? Ich würde mal sagen, wir steigen einfach mal aus und gucken, wo es uns hin verschlägt. Gemacht ist es ja schon cool. Zack, einmal raus. Aber ich habe die Steuerung von der Kapsel auch noch nicht so ganz raus. Irgendwie finde ich komisch. Das Ganze ist ziemlich träge. So, wenn ich hier nämlich steuere, dann passiert irgendwie nicht wirklich schnell etwas. Ist aber auch nicht schlimm. Was steuere ich da mit der Maus? Das ist irgendwie so eine Mischung aus Maussteuerung. Doch, doch. Oh Gott, ich steuere mit der Maus. Jetzt habe ich es geschnallt. Ich dachte, man steuert mit Pfeil und Tastatur. Aber denkst du. So, wir düsen mal nach da hinten. Das sind nämlich unsere Leute. Schaden kann es ja nicht, wenn man hier ein bisschen bei den Leuten ist. Man kann auch rausspringen. Guck mal. Hui. Das ist ja schon cool. So, wieder rum. Oh, okay. Und dann einmal gegen den Schiffsrumpf geknallt. Ist aber kein Ding. Jetzt sind wir hier. Jetzt müssen wir gucken. Jetzt leben wir aber mit Sicherheit auch ein bisschen länger. Weil wir eben viel weniger Gegner haben. So. Sehe ich irgendwo, wo die sind. Ja, da unten sind sie. Okay. Ich würde sagen, wir gucken jetzt gar nicht mal groß, wo die sind. Ah, die sind ja alle hier drin. Ich wollte gerade sagen. Sondern wir gehen mal looten. Und gucken mal, was es hier für uns Schönes gibt. Wir bräuchten möglichst schnell ein Gewehr. Und da jetzt hier nicht so viele Leute dabei sind. Guck mal, guck mal, guck mal. Das ist doch. Lass mich mal schnell gucken. Das ist doch genau das Teil. Zack. Das habe ich gemeint. Genau damit kann man eben massiv schneller werden. So. Warum kann ich immer nur das eine oder andere nehmen? Wahrscheinlich. Ich glaube, das ist halt, weil... Ja, ist das eine Harpune? Die ist eine Pistole. Und, ähm... Ja, der Enterhaken ist auch eine Pistole. Das heisst, ich bräuchte irgendwie ein Gewehr. Würde ich mal behaupten. Halt. Helm. Kann man immer gebrauchen. Wir düsen mal raus. So. Und dann würde ich sagen... Wo sind die Jungs? Ich nenne die jetzt einfach mal ganz frech Jungs. Auch wenn ich sie nicht kenne. Man hatte das gleiche Ziel. Oh, was war das? Hä? Was machen die denn da? Oh, schaut mal. Genau. Das ist so ein Teil. Da kann man eine Tauchkapsel sozusagen, ähm, wieder nehmen. Und mit der ein bisschen weiter wegdüsen. Das möchte ich jetzt aber gar nicht. Wir sind hier ziemlich im Zentrum. Wenn hier irgendwie die Wand kommt mit den Haien, dann sind wir, glaube ich, gar nicht so schlecht unterwegs. Das ist ein Bomber. Das sieht man. Das ist auch über PUBG. Und jetzt müssen wir aber noch irgendwo hin, wo wir nochmal ein bisschen looten können. Weil das halt einmal noch nicht so das Gelbe vom Ei ist. Jetzt habe ich hier das Teil ohne Enterhaken. Echt jetzt? Wahrscheinlich habe ich falsch gelootet. Kann man falsch looten? Ja, indem man halt irgendwie dann den Enterhaken vergisst und nur die Wumme dafür hat. Weil ich kann nichts machen. Ich kann auch. Reload funktioniert nicht. Okay. Jetzt ist halt die Frage, gibt es hier auch noch Loot? Also die sind da gerade am Suchen. Das sieht gar nicht schlecht aus. Ja, hier liegt auch noch ein bisschen was rum. Nehmen wir mal alles mit, was wir mitnehmen können. Ohne genau zu wissen, was... Oh, Flossen. Okay. Was wozu dient sozusagen. Oh, ein Gewehr. Okay. Das ist schon mal gut. Laden wir mal nach. Ja, damit kann ich arbeiten. So, jetzt wird es aber halt tatsächlich so sein, dass wir wahrscheinlich kaum jemanden sehen. Eben, wenn es so wenig Leute sind. Jetzt sind es noch elf. Das heisst, einer ist wahrscheinlich eh schon wieder gestorben. Und wo die sind, wissen wir nicht. Aber das Ganze ist natürlich so geregelt, dass sich eben dieser Kreis auch zusammenzieht. Und sprich, ähm, ja, da wo ausserhalb dann die Haie kommen, dieser Bereich, der wird auch immer kleiner, wo man dann überleben kann. Das ist auch überall PUBG. Und von daher ist es eine Frage der Zeit, bis wir hier auf Feinde treffen. Das ist auch irgendwo klar. So, wenn ich halt öfters mal von PUBG rede, ihr seht ja wahrscheinlich warum. Das ist natürlich schon das gleiche Spielprinzip. Es ist einfach anders dahingehend. Ähm, ja, dass man eben hier von Haien gejagt wird, wenn man ausserhalb der Zone ist. Und, ja, dass man unter Wasser ist. Das hätte ich jetzt, glaube ich, nicht mal mehr separat erwähnen müssen. Ich denke, das ist ersichtlich. Es hat ein bisschen... Ah, jetzt Haishield fehlt. Wir gehen mal schnell gucken, hier unten, beziehungsweise wir verstecken uns mal. Ich möchte nochmal kurz auf die Map gucken, damit ich sehe, von wo kommt Kollege Haishield. Oh, was ist das? Eine schwarze Wand. Nicht, dass das Teil hier schon beginnt. Ne, guck mal, hier unten. Von hier kommt das Schild. Wir sind also nicht so schlecht. Das ist... Das ist doch irgendwie so eine Art Rauchbombe gewesen, wahrscheinlich. Wenn der Name dran steht, dann ist es ein Freund. Das ist mir klar. Falls hier unten irgendwo einer ist, wo kein Name dran steht, dann ist es eben kein Freund. Dann ist es das Gegenteil. Auch bekannt als Feind. So. Können wir nochmal ein bisschen looten? Das ist irgendwie immer noch nicht so das Gelbe vom Ei. Ich möchte eigentlich keinen Probeschuss machen, da ich nicht weiss, wie viele Dinge wir haben. Munition. Das ist mal ein bisschen zu gefährlich. Und wenn ich jetzt schiisse, dann erschrecken sich da die Kollegen. Und am Schluss schiessen sie noch zurück. Das kann es ja auch nicht sein. So. Nochmal schnell gucken. Ich bewege mich nach da. Von hier kommt die Highzone. Das ist eigentlich schlecht. Ich müsste in Richtung... Ja. So. Das ist gar nicht falsch. Und der andere Kollege macht ja genau das gleiche gerade. Unten rechts habe ich noch eine Minimap. Da würde ich auch noch sehen, was los ist. Und eigentlich spiele ich das eh schon wieder viel zu offensiv. Im Sinne von... Ja. Dass ich zu wenig auf Deckung achte, etc. Aber eben. Wenn wir nur elf Leute haben... Dann ist das eigentlich gar nicht so schlimm. So. Da hinten sehe ich auch irgendwie was blubbern. Man sieht natürlich... Je nachdem, wenn ein Taucher kommt... Ähm... Die Luftblasen aufsteigen. Das heisst, das würde dann den einen oder anderen schon wieder verraten. Das Problem ist jetzt... Wenn ich hier meinen Kumpels folge... Die gehen wahrscheinlich von Lootplatz zu Lootplatz. Und looten alles leer. Das heisst, wenn ich dann dort ankomme... Dann hat es dort nichts mehr. Deswegen ist das vielleicht nicht ganz so clever... Jetzt denen zu folgen. Ähm... Das könnte aber dazu führen, dass wir dann überall Stellen finden... Wo es nichts mehr zu holen gibt. Weil ich schwimme hier immer noch mit relativ wenig Loot rum. Das gefällt mir gar nicht. Was haben wir hier noch? Schönes. Wow. Was ist das denn? Huiuiui. Guck mal. Geysire. Da liegt auch noch Zeug rum. Mal gucken, was das Schönes ist. Midigas. Flossen haben wir eigentlich schon. Ich sammle die aber trotzdem auf. Geht nur nicht. Okay. Das ist wieder ein Kumpel von uns. Hier unten liegt noch Zeug. Auch nochmal Flossen. Ein Stern Flossen sozusagen. Das tauscht dann halt immer. Ist das nicht ein Schild? Nein. Aber nochmal Flossen. Ja. Bringt gar nichts. Ich würde ja schon gerne mal schiessen. Wisst ihr was? Ich schiess jetzt mal. Einfach. Okay. Das klingt ein bisschen nach Nahkampfwaffe. Kann das sein? Das müsste man dann... Ja. Daher kommen. Da wo es rot ist. Das ist nicht so gemütlich. Sagen wir mal so. Man überlebt eigentlich relativ einfach die erste Haiattacke. Weil man mit dem Messer sich wehren kann. Aber. Ja. Je länger das natürlich dauert, desto... Ja. Desto toter ist man dann irgendwann. Das heisst ähm... Ja. Lieber nicht erwischen lassen. Ja. Das ist nur das Messer. Was habe ich hier noch? Noch die Knarre. So. Ihr seht so ganz. Habe ich es noch nicht raus. Was ist das? Aha. Das macht gar nichts. Okay. Oh. Das sieht nach Pump. Gar nicht aus. Da fehlt uns aber eben die Munition. Nehmen wir das Teil nochmal. So. Nochmal ein Laden. Das müsste der Bomber sein. Ja. Wir sind hier aber glaube ich geschützt. Hoffe ich mal. Er versteckt sich. Das mache ich auch mal. Okay. Nochmal auf die Map gucken. Ja. Ja. Jetzt wird es dann langsam... Interessant hier. Da sieht man schon die Bomben. Definitiv nicht sehr schlau, wenn man da reinkommt. Ich glaube wir sind komplett unter ausgerüstet. Also sprich ähm... Uns fehlt massiv Zeugs. Wir werden hier wahrscheinlich nicht allzu weit kommen. Ich kann höchstens hoffen, dass die Kollegen uns vielleicht noch ein bisschen helfen. Und wir dann sozusagen im Viererteam gewinnen, ohne dass ich was grosses angestellt habe. Das kann natürlich durchaus sein. Ich halte mich jetzt mal an die, weil ich denke zum Looten ist es jetzt zu spät. So. Sehen wir hier schon jemanden? Nö. Kann man eigentlich raus? Ich weiss nicht, ob das der richtige Moment ist, das zu testen. Aber ich möchte mal schnell gucken. Das muss man ja schon wissen. Oh. Das ist ja nett. Okay. Da kommt man tatsächlich sogar an die Wasseroberfläche. Hier steigen Blumen auf. Äh. Aber da ist keiner. Ich hoffe es zumindest. Oh. Aber jetzt ist es wieder irgendwie entweder Bombenzone oder... Ja. Wir sind genau in der Bombenzone drin. Da düsen wir mal kurz raus. Wenn ich es schaffe. Oh lala. Ja. Das könnte jetzt tatsächlich sein. Hm. Und ich düse eben nicht raus. Hier geht es lang raus. Man sieht es ja unten rechts. Das könnte sogar sein, dass wir jetzt irgendwie von Kollege Bombenzone erwischt werden. Und ein bisschen umgucken sollte ich mich eben trotzdem. Ja. Ich glaube wir kommen noch raus rechtzeitig. Immer noch neun Leute. Das heisst irgendwo schwimmen hier irgendwelche bösen Buben rum. Die wollen uns ans Leder. Sieht man den Bomber? Ich glaube den sieht man eben auch eigentlich. Okay. Ich möchte ihn eigentlich gar nicht sehen. Wenn man es genau nimmt. Oh. Jetzt fällt wieder der Kollege Heischild. Ja. Die Zone wird tatsächlich immer kleiner. Hätte mich auch gewundert. Wenn nicht. Aber jetzt dürfte es dann tatsächlich hier langsam eng werden. Ich weiss nicht was diese Anzeigen oben rechts heissen. Ah. Beziehungsweise doch. Dass wahrscheinlich die Kumpels. Steht ja der Name dabei. Neue Sachen gefunden haben. Neu gelootet haben im Prinzip. Ja. Jetzt sind wir genau im Zentrum. Schiesst da schon einer. Ich glaube das sind Schüsse. Es ist schwer zu sagen ob das Schüsse sind oder ob das irgendwas anderes war. Aber ich glaube mal ja. Da oben schwimmt auch noch irgendwie was. Ah da seht ihr. Das sind genau diese Dinger die ich angesprochen habe. Diese Leuchtteile. Die zeigen eben wenn da irgendwo einer schwimmt dann sieht man den. Ja da. Guck mal. Ich glaube den haben wir. Oh da ist. Ja. Es geht halt schon brutal schnell. He. Da war auch noch einer. Ja die sind natürlich auch nicht alleine unterwegs. Jetzt sind wir wieder am zugucken. Ich hoffe meine Kumpels können das besser als ich. Und ich verspreche euch. Ich werde wahrscheinlich noch ein bisschen üben. Ja ich verspreche das ich wahrscheinlich. Das ist auch ein guter Satz. Nein wenn ich Leute finde die auch Bock darauf haben. Dann werde ich wahrscheinlich noch mal ein paar Runden spielen. Die gerne aufnehmen. Ansonsten soll es das jetzt mal gewesen sein. Ein erster Einblick hier bei Last Hight. Wenn es euch gefällt das Spiel. Das gibt es ja bei Steam für ich glaube 15 oder 19 Euro. Irgendwie sowas. Und wenn man Battle Royale Spiele mag. Dann ist das eigentlich gut investiertes Geld. Weil das Spiel durchaus Potenzial hat. Und eben auch eigentlich gut gemacht ist. Hallo Kuro. Kirito. Belebt mich der gerade wieder? Nein der hat was anderes gemacht. Nein wir sind tot. Wenn man tot ist ist man tot. Das ist eine ziemlich definitive Sache. Gut. Vielen Dank fürs zugucken. Ich hoffe das Video hat euch ein bisschen gefallen. Auch wenn wie gesagt mein Skill natürlich nichts war. Bei einem Spiel das halt ganz neu rausgekommen ist. Wo ich noch gar nicht wirklich üben konnte. Ist das auch eher schwierig da was hinzukriegen. Aber Spass gemacht hat es halt trotzdem. Also mir zumindest. Ich hoffe euch auch. Danke fürs zugucken. Macht's gut. Bis denne. Tschüss. 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 Tschüss.